Was ist ne Holzkiste da hinten? Ne, ist hier ne Holzkiste. Ist ein Brett. Okay. Nehme ich auch. U-Ko-U-Ho-Schrein. Ne, U-Ho-Schrein. Aha. Aha. Also die Schreine sind jetzt hier einfach nur... Steine mit Licht. Okay. Keine Schikaschreine mehr. Das sind jetzt alles dann... Äh... Sonauschreine. Aha. Teleportziegel. Ah. Okay. Dann öffnen die sich. Verstehe. Okay. Ähm. An dieser Stelle wird ein Hinweis angemeldet, die wir dir auf deinen Weg nutzen können. Okay. Verstehe. Ah. Da bist du also. Dies ist ein Bandschrein. Hier versiegelte ich für Uhrzeit mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm in diesem Lichte badest, kannst du deine verlorene Kräfte wiedererwecken. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Aber es sieht echt so wie Schika-Technologie aus, ne? Wahrscheinlich basiert die Schika-Technologie auf der Sonau-Technologie dann. Okay. Was ist das? Okay. Was? Ultrahand. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einem anderen Gegenstand befestigen. Okay. Das ist praktisch wie das Magnetmodul dann. Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt, die Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fort an dir gehören. Okay. Armkraft einsetzen. Hier kannst du die Kräfte eines Arms einsetzen. Schaffenskraft. Oh mein Gott. Ich hoffe, der Cooper schaut hier gerade nicht zu. Der wird wieder cringend und schreiend vor seinem Smartphone sitzen ansonsten. Äh... Okay, wie weit kann ich dann greifen? Ach ja. Ja, ist wie das Magnetmodul. Okay, warte. Das reicht nicht, ne? Warte mal. Drehen. Wie drehe ich das denn? Ah, okay. So, reicht das von der Entfernung hin? Das würde nicht reichen, oder? Ja. Okay. Wie baue ich die Dinge jetzt zusammen? Ach ja, verbinden. So, warte mal. Kann ich das hier... Warte mal. Kann ich das drehen? Okay. Jetzt kann ich sagen... Verbinden. Aha! Oh mein Gott. Ich... Ja, ich werde... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich freue mich auf die Kommentare von Cooper. Ich freue mich so sehr drauf in der Cringe und vor seinem... Dings... Junge, Kerle, mach mal ordentlich hier. Das kann er da keiner angucken. Ich höre jetzt schon seine Stimme wieder im Kopf. Das wird ein Spaß. Ähm. Okay. Aha. Okay, Moment. Ähm. Ja. Wenn ich jetzt so das dran mache, dann... Kann ich das dann wieder lösen eigentlich? Zum Drehen halten, vor und zu... Okay, kann ich das irgendwie wieder trennen dann? Okay. Scheint, wenn es einmal verklebt ist, kriege ich es nicht mehr auseinander. Kann das sein? Drehen halten. Ah doch. Okay, du musst hier unten einfach Dingens dann das Mindy mit lösen. Okay. Verstehe. Oh mein Gott. Ähm. Okay. Wie viel Momentum hat denn das Ding, bitte? Okay, war das so. Okay. So, und jetzt kann ich das hier oben... Ach so, nee, ich bin Trottel. Warte mal. Warte mal. So. Okay. Ähm. Ich wollte gerade das Dingens mal... Ich wollte es gerade von... Ich dachte, ich brauche die Kugeln, aber ich brauche die Kugeln ja gar nicht. So, Moment. Äh, halt. So, dann jetzt hier... Ähm. Okay, jetzt muss ich noch ein bisschen üben. Warte mal. Irgendwie ist das falsch hier, warte mal. Irgendwie dreht sie... Ah, jetzt ist das. Okay. 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 Oh mein Gott, das wird ein Riesenspaß werden. Also, die Mechanik ist mega, mega, mega cool, aber ich weiß jetzt schon, dass ich hoffnungslos versagen werde. Untersuchen. Aber es ist echt eine mega coole Mechanik, tatsächlich. Okay. Hä? Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Okay, das ist dann praktisch die aus der Erzählung. Nun soll das reinige Licht dich erfüllen, welches in diesem Orte ruht. Das war praktisch die Prinzessin von Hyrule und... Irgendjemand von Sona. Sonau. Sonau. Nicht Sona. Sonau. Mhm. Ah. Damit wird das Miasmus in unserem Arm weiter vertrieben. Segenslicht. Ein Kristall, das herren Lichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte, strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Okay. Möge das Segen dich dir Kraft schenken. Und mit vier Stück wahrscheinlich kannst du wieder Herzen oder Ausdauer dann dazu gewinnen. Nice. Sehr schön. Okay. Sprünge aus großer Höhe. Tears of the Kingdom. Die Ladezeiten sind schneller irgendwie hier. Du hast den Schrein Bravour bewältigt. Dadurch hast du alle in der Fähigkeiten zurückerlangt. Wenn du auch die zwei verbleibenden Schreine bezwingst, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sie sicher ohne Mühe erreichen. Verwenden also das Fernglas des Pura Pads. Ach ja, stimmt. Das gibt es hier auch noch. Ach so, da oben ist der andere. Drücken, markieren. Ja. Okay, aber das Spiel ruckelt ganz schön, wenn du... Also wenn du in dieses Ding in den Switch, dann ruckelt das Spiel ganz schön. So, wo ist ein anderer Schrein? Okay, jetzt da ist eine Windseule da oben. Äh. Okay, der eine Schrein ist da. Wo ist der andere dann? Ach, da ist er. Ein Königreich für ein Parasegel. Äh. Okay, wie komme ich da zum dümmsten drüber? Okay, warte mal. Wir können hier auf jeden Fall... ...was bauen. Okay, da unten sind noch die Dinger. Da können wir was bauen. Dann können wir da rüber. Sieht übrigens aus wie eine Borg-Hand links. Ich möchte es kurz betonen. Jo, ich leg den Bogen. Alter Holzbogen. Ein hölzerner Bogen aus alter Zeit. Er ist nicht sehr stark, da er vor allem für die Jagd ausgelegt ist. Bogenangriff. Ja, das passt. Kriegshorn. Okay. Und Glühwürmchen hier. Schleichwürmchen. Diese Insekten leuchten nachts als Medizinzutat. Erhören sie die... Flu... 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 Fluoreszierende... Fluoreszierende Komponenten, ihre Körper, die Konzentration ermöglichen, eine leisere Fortbewegung. Okay. Äh, Holzpfeile nehme ich mit. Sehr schön. Da ist ein Haufen Pfeile hier. Sehr cool. So, und rüsten wir den noch gleich an. Ach, haben wir schon ausgerüstet. Zack. Oh mein Gott. Also ja, die Switch ist echt... Dafür nicht ausgelegt. Es ruckelt schon manchmal extrem, weil man so diese Szenenwechsel vor allem hat. Aber gut. Ähm... Ach so, da geht's zur Zittelle der Zeit. Tempel der Zeit. Mann! Na gut. Okay, das da oben wird vermutlich der schwierigere sein. Weil da brauche ich was für die Kälte. Das heißt, da muss ich dann vermutlich noch Chilischoten kochen. Dann können wir gegen die Kälte was machen. Ich vermute, dass das Prinzip... Weil wir auch wieder nämlich das gleiche Menü unten sieht man nämlich. Wir haben nämlich links wieder Hitze und Kälte. Das heißt, wir werden das alles... Äh, dann brauchen wir die Frage... Also, wie komme ich denn da rüber eigentlich? Nein, ich muss da rüber. Das heißt, ich muss da lang. Ach so, warte mal. Was war das, was ich gerade gesehen habe? Na? Ja, das ist das Ding hier. Wir müssen da rüber. Okay. Na gut. Das ist ein Krobs haben hier. Nein. Schade. Das sah verdächtig aus. Aber ja, ich muss da mit dieser Reling runterfahren. Damit ich da zu dem Schrein komme. Ich frage mich übrigens, wie die Krog hier hochkommen. Also, ich weiß nicht mehr, wie ich hochgekommen bin. Aber dass hier einfach die Krog auftauchen... Naja, vielleicht können die fliegen. Äh... Wo muss ich denn da lang, ne? So. Ähm... Nein, das wollte ich nicht. Zack. Ah, okay. Jetzt habe ich... Okay, jetzt habe ich das gecheckt mit dem... Mit dem Drehen tatsächlich. Okay. Jetzt habe ich es... Also, jetzt habe ich es gecheckt, wann ihr... Wann ihr wie dreht. Okay. Jetzt habe ich es gerallt. Allons-y! Das ist echt eine megacoole Mechanik, dass du eure Sachen zusammenkleben kannst. Nice. Kann ich einfach... Ja, wir können uns vermutlich einfach wieder hinteleportieren dann, ne? Das wird so wie im ersten Teil sein. Das ist einfach dann Teleportationsziele Sinn. Da unten ist auch noch irgendwas. Was ist das? Was war das für ein Geräusch? Ah, wer ist das denn? Ach so. Ach so. Bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen. So ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Belangkohle. Ach ja, die Dinger hier, oder was? Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lager voll immer mit dir rumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie. Den Blick nach vorne richten. Immer gerade darauf zu. Hm? Verzeihung, ich war ganz vertieft in meiner Holzfällarbeit. Bist du auch gekommen, um Bäume zu fällen? Bäume fällen. Wenn Bäume fällt, erhält man Baumstämme. Baumstämme wiederum können zu größeren Konstruktionen kombiniert oder zu Feuerholz weiter zerkleidet werden. Für Baumstämme gibt es viele Verwendungen. Daher komme ich täglich hierher, um Bäume zu fällen. Allerdings ist das nicht ganz einfach, sie in die Beabsicht die Richtung fallen zu lassen. Daher sage ich immer vor, wie es geht. Den Blick nach vorne richten. Immer gerade darauf zu. Ah, Verzeihung. Das waren sehr viele Informationen auf einmal. Wenn du noch Bäume fällen willst, kannst du das gerne mit der Axt tun, die ich dort abgelegt habe. Okay, das heißt, wir können dann Brücken bauen damit. Eichel. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit der Folie. Begrößtet füllen Eicheln ein wenig mehr Herzen auf. Okay. Okay. Oh mein Gott, wuckelt das. Oh mein Gott. Alter Schwede. Ähm. So, reicht das schon? Das müsste reichen, oder? Na gut, vielleicht auch nicht. Eichhörnchen. Wow. Eichhörnchen. Ja. Na gut. Einen Satz mit X, das war wohl nix. Was ist das? Krog wedelt. Seltsames Blatt ist aus, als versteckt es sich immer dahinter. Es besitzt medizinische Eigenschaften und dient einem Stock oder Ähnchen befestigenden Winderzeugung. Ja. Alter, Frame Raider sagt Goodbye. Drum wollte ich eigentlich zwei zusammen machen, aber so geht's auch. So, was ist das hier? Äh. Eine doofe Frage. Okay. Wenn ich draufstehe, kann ich nix mitmachen. Okay. Oh, alter Arowana. Ein sehr lebhafter Fisch, der seit Urzeiten dasselbe aussehen hat. Der verzehrtes, nährstoffrein Fleisch füllt dein Herzen ein wenig wieder auf. Ähm. Ja. Da kam ich nicht mehr hoch. Ahem. Ich wollte eigentlich hoch. Dann hab ich die Strömung erwischt. Äh. Pfeile. Pfeile. Alter Bogen. Bogen-Schnell-Auswahl. Okay, ja, ja. Das können wir noch. Psst. Still. Ich jage. Dann weiht man's heil. Du jagst. Exakt, ich jage wild, das in diesem Wald erhaust. Moment, dich hab ich doch zuvor noch nicht getroffen. Nöge zu. Eine Aufgabe von uns Konstrukt ist es, Leuten wie dir Sachfälle zu erklären. Deshalb solltest du auch andere Konstrukte ansprechen. Sie werden dir deine Fragen beantworten. So, und unser Punkt. Bei der Jagd erlegt man Wildtiere, wie zum Beispiel die, die hier im Wald leben. Das Fleisch von Wildtieren ist für organische Lebewesen ausgesprochen nahrhaft. Jedoch sind sie auch furchtbar scheu. Wer jagt, darf keinen Ton von sich geben. Und vor, äh, Pirschen im Ducken ist das A und O für eine lautlose Jagd. Okay. Ja, sehr gut. Sehr schön. Haben wir das. Okay, es ist wirklich gleich geblieben wie in Breath of the Wild. So, kann ich hier hochklettern? Das geht. So, wo war's der andere Schrein? Ich muss zum lilanen Punkt. Dort muss der Geist wieder. Okay. Eine Höhle. Eine Höhle. Zack. So. Hi. Hi. Ich liebe es, den Tempel der Zeitfühle zu betrachten. Ich habe oft hier Rast gemacht, um mich an ihm zu erfreuen. Der Garten der Zeit blieb zufriedlich da. Einzig die Zeitglocke durchbricht gelegentlich die Stille, um den Morgen oder den Abend einzuleuten. Mit dem Klang der Glocke wandelt sich das anlässt dieser Insel. Wie schön ist nachts das Spiel der Glühwürmchen. Ja, aber ich habe diesen Ort stets sehr genossen. Vor allem ist der riesig, der Tempel der Zeit. Oh, was haben wir hier? Achso, der erklärt mir nur unwahrscheinlich das Kochen, ne? Das ist ein alter Wächter. Sonau Energiesphäre. Das wird schmecken, da bin ich sicher. Bitte verzeih mir Unaufmerksamkeit, ich war hier ganz ins Kochen vertieft. Oh, dich habe ich doch zum Beispiel gar nicht getroffen. Dann lass mich eine Sache erläutern. Wir Konstrukte füllen die weiße Funktionen. Dazu gehört, Leuten wieder alles mögliche zu erklären. Wenn du Fragen hast, fände ich gerne und ein Konstrukt werden dir stets beantworten. Also, möchtest du mir das Kochen erfahren? Na klar. Oh, wenn du so fragst, ist das Kochen wohl absolut Neuland für dich. Ne, eigentlich nicht. Nun denn, ich werde dir die Grundlagen des Kochens beibringen. Jo. Kochen. Schritt 1, Zutaten in die Hand nehmen. Schritt 2, alles in einen Topf über einen Feuer werfen. Guten Appetit. Aber die Welt des Kochens bietet noch viel mehr. Man muss sich nur ein bisschen einarbeiten. Die Kombination der Zutaten ist der Schlüssel zu vielen verschiedenen Speisen, die ebenso viele Effekte haben. Manche Speisen halten warm, manche gewähren neue Ausdauer. Insekten und andere kleines Getier ergeben zusammen mit Monster teilen Medizin. Diese ungewöhnlichen Zutaten solltest du aber nie mit gewöhnlichem Essen in den Topf werfen. Dies alles weiß ich freilich nur dank meiner Erschaffer. Denn selbst habe ich kein Bedürfnis für Nahrung. Suche mich gerne wieder auf. Wenn du Fragen zum Kochen hast, ich werde meinen Posten nicht vernassen. Jo. Ich finde, was das Spiel hier deutlich besser macht als der erste Teil, er erklärt mehr. Ausdauerschrecke. Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne Mühe zu werden. Mit Monsterzutaten gehocht, ergibt sich eine Medizin, die die Ausdauer regeneriert. Also habe ich zumindest das Gefühl, weil gerade das Kochen zum Beispiel, das ist nicht schwer, wenn man es mal weiß. Aber hier ist es deutlich, also ich bin mir sicher, dass es hier besser erklärt ist als im ersten Teil. Was witzig ist, weil wer im ersten Teil gespielt hat, wird hier keine Probleme haben. So, okay, da haben wir wieder in der Rutsche. Ausdauer legen. Ein nahrhafter Pilz mit großen Nährstoffreserven. Wenn du ihn kochst und verzehrst, gewinnst du Ausdauer zurück. Juhu. Ich will zu meinem Freund. Das ist ein Krok, oder? Ich will zu meinem Freund. Ähm, du bist ein bisschen überladen. Oh nein, oh nein, wo ist du, mein Freund? Hm? Du kannst mich sehen? Ich bin ein Krok, also ein Waldgeist, und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich ballen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Oh, was für ein Schlauersel. Werde gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde. Sieht so aus, würde er mir rausnach schicken. Okay, warte mal, kann ich ihn? Ich würde ihn, äh, warte mal, kann ich, warte mal, wenn ich das jetzt hier nehme, na? Ähm. Dann kleben wir das zusammen. Ähm. Hallo? Dann machen wir das so. Na, wenn das mal gut geht. Die Haken sehen aus wie Fragezeichen. Ähm. Hallo? Hallo? Ich tue mal so, als würde das jetzt funktionieren, na? Ja, überhaupt nicht. Ähm. Ja, okay. Er muss da irgendwo sein, aber bisher ist er noch nicht hier angekommen. Ja. Was ist nur los mit ihm? So. Äh, muss er irgendwann, was ist nur los mit ihm? Ja, äh, äh. Ja, okay, hä? Okay, ich muss nur für mich eine Ausdauermedizin geben, hä? Damit er wieder wach wird. So, no Energiesphäre. Zählt dieses komische Horn als Monster-Zutat? Muss ja dann vermutlich, ne?